Man kann mit einem Kuchen machen und es ist weiss oder braun und es ist oval und es ist rundlich und man kann es essen. Man muss es schälen, bevor man es isst, wenn man es isst, wenn man es isst, wenn man es isst, wenn man es isst, es kommt oft auch mal ein Bissele raus und wenn man es fallen lässt, wird es kaputt, wie ich denke. Tschüss.